Der Nesmuk Streichriemen ist das perfekte Werkzeug, um die Schärfe Ihrer Messer schnell und effizient zu pflegen. Er ist einfach in seiner Anwendung und in weniger als einer Minute können Sie damit die Schärfe Ihrer Messer wieder deutlich erhöhen. Er ersetzt das aufwändige Finish mit Banksteinen bis zu Körnungen von 10.000. Der Nesmuk Streichriemen besteht aus einem Eichenholzkern, belegt mit feinem Leder, wobei auf drei der vier Seiten verschieden feine Partikel Diamant eingearbeitet wurden. 20 µ, 5 µ, 1 µ und die letzte Seite mit reinem Leder für den Endabzug. Wie Sie den Nesmuk Streichriemen korrekt einsetzen, möchte ich Ihnen nun demonstrieren. Dazu benötigen wir zunächst den richtigen Schärfwinkel. Dazu lege ich meinen Zeigefinger auf den Streichriemen und die Messerklinge darauf. Diesen Winkel gilt es nun bestmöglich einzuhalten und wir streichen mit der Klinge in diesem Winkel von unten nach oben und von oben nach unten. Diese Bewegung poliert die Klinge und poliert kleinste Ausbrüche aus der Klinge heraus. Dadurch wird die Klinge auf dem Leder in Kombination mit den Diamantpartikeln sehr effizient und schnell geschärft. Diese wenigen Züge auf der ersten Seite reichen vollkommen aus. Danach arbeiten wir uns auf der nächsten Seite weiter entlang. auch hier drei bis vier Züge, um die Schärfe zu erhöhen. Die letzte Seite mit einem µ Diamantpartikeln dient der Politur der Schneide und stellt eine Rasiermesserschärfe zur Verfügung. Danach folgt lediglich die Endpolitur auf dem feinen Leder. Und wie Sie sehen, benötigen Sie weniger als eine Minute, um die Schärfe eines Messers wiederherzustellen und zu erhöhen. Der Nesmuk Streichriemen das ideale Werkzeug zum Schärfen von Messern. Möchtliche Musik 1. 1. 2. 3. 7. 5. 6.